du kannst den ausfall nur dann machen wenn du zwei zu noch zur verfügung hast das heißt du musst ihnen ohne ein ausfall noch mal angreifen aber dann hast du jetzt zwei aktionen aber die bhk zu kriegst okay nur ist das kass mit der bhk hat nicht hinaus weil machen wir dafür ja das gibt irgendwie einen knoten im hirn ja dann macht deinen ersten angriff okay dann hinter 6 hinter 6 alles klar seine parade ist auf der 19 plus 6 sind 13 das ist gelungen und mit meiner fünf ist es auch gelungen und dann hat sie noch mal dann hast du noch eine aktion vor ihm ja möchtest du hast du ja dann diesmal fünfte acht gegen er schwert um vier und noch mal um vier umgewandelt ja ist egal okay er hat eine dämonische waffe nee warte aber ist nur eine schlechte idee lass ihm das einfach machen ja die attacke von zulamin ist ja auch nicht gelungen eins das ist der zeitpunkt für ein chip glaube ich habe keinen chip dann ne 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 es werden keine schicksals punkte getauscht nur zum verbrennen also wenn diamant das den jetzt verbrennen möchte ja ja ich glaube so weit sind wir noch nicht gut dann schaue ich mal nach der anderthalb händler seine dämonische waffe er ist gekrittet er macht normal 1w6 plus 6 mit lustigem zusatz schaden aber erstmal 1w6 plus 6 sind zehn mal zwei und die trefferzone bitte einmal bauch das sind dann wenn du eine wunde bekommst bei 20 schadens punkten oder 20 treffer punkten ist das zusatzwunde da hat seine bauchrüstung habe ich nicht das ist unrealistisch 1w6 schaden pro wunde die am bauch kriegst du hast wahrscheinlich zwei wunden oder meine wundschwelle ist 9 wenn ich mich nicht sehr irre wenn du eisern bist dann hast du bei den konstitution 13 dann hast du deine zweite wunde auf der 15 okay das sind dann zwei wunden ja dann helfen wir mal mit den selbstbeherrschungsproben einfach erstmal rüffeln ist das schwert um die schadenspunkte über deiner ersten wunde also um 13 ja das sind zwei proben und zwar einmal selbstbeherrschung um stehen zu bleiben und einmal um wunden zu ignorieren gut das schmerzunterdrücken passt also für die erste maximale entschwerden ist von 10 ja genau sie ist das schwert um den schaden über deiner ersten wunde deine erste wundschwelle ist bei was hast du gesagt 7 9 dann ist ihr schwert um 11 gut das weiß ich nicht genau dann fährst du um gut für 1w6 plus 3 kampfrunden bist du jetzt kampfunfähig wie viele? 1w6 plus 3 okay er wischt deine beiden säbel gekonnt zur seite und du merkst dann einen stumpfen schmerz und sein schwert sieht so ein bisschen ölig triefend aus zumindest vorher nicht aber als es dann aus deinem körper raus zieht kannst du sehen dass dein blut eben sich verfärbt hat und an der klinge haften bleibt dann bist du fertig wir nehmen dich schon mal aus der 32 raus und morgan hat seine beiden aktionen auf der 22 gemacht nächste kampfrunde der ignisfero feuerwahl explodiert wieviel schaden bekommen karasuk und koroba? wir haben unmittelbar kreis bekommen die 22 schadenspunkte gut dann nehme ich würdest du ihn so nehmen oder soll ich ihn noch weiter ziehen? wir erzählen gerne so wie er so wie er ist ja alles klar gut dann ist koroba entfernt vom zentrum ich sag mal 1m entfernt dann bekommt er 22 abzüglich Sekunde 7 punkte also 15 schaden kriegt er er kriegt 1 abzüglich 2 punkte weniger 20 schaden richtig ja das ist den niedrigsten ab den niedrigsten sieht man ab den niedrigsten? ach so der niedrigsten ist das mal da nennt man den höchsten und dann den 2 die höchsten die überzügliche also plus dann plus 2 etc gut dann bekommen sowohl karasuk als auch koroba 20 und die drachen gerade hier steht ich sag mal 3 m entfernt dann werden 3 abgezogen das sind dann lass mich kurz gucken ich hätte die kurze 6 2 3 2 1 bekommen also noch die ersten beiden 8 plus 18 16 16 minus minus 3 äh 13 gut ich passe darauf hin wie sowohl karasuk als auch koroba wenn sie den welchen hatten sie hatten keinen das sind magische Gewinner die jetzt anfangen auch zu brennen also schwarze Roben gut dankeschön dann kann rafim und auch mira können jetzt wach werden durch den geruch und den gestand die sinneschärfe probe auf riechen hast du schon gewürfelt 11 serpentilio serpentilio geht erst mal einen meter naja macht eine aktion gehen schau dann haben wir vorbei und sagt dann oh je oh je oh je 3 2 ich versichere mich noch ähm ja also erstmal ziehe ich vor mir vor weil sonst schickt ihr gar nicht was ich sage ich möchte den bären gerne den befehl geben raus auf den flur wir gucken uns das an wie sehen denn ich um also du kannst auf springen ich würde die richtung zeigen ich glaube eh nicht dass der bär auf äh sprachkommandos reagiert äh ja doch klar also auf deine stimme auf alle fälle also nicht auf das was du sagst aber auf den ton äh also du kannst auf alle fälle vorziehen und wenn du dich bewegst dann wird sie dir auch folgen okay aber mein ziel ist mich da in den gang zu stellen das ist ja gut dann reißt du die tür auf ja und wenn es das meine offen ist also ich habe meine ja auch in der letzten runde schon geöffnet mit mir raus stürmen ich würde das so lassen ja aber ich sehe das ja richtig und ich sehe das abgestochen ist okay scheiße ja dann muss ich mir leider vorstellen könnte es sogar ja doch einen raufen sturmangriff würde ich sogar noch zulassen ich würde schon gerne mit meiner waffe gezogen jetzt vor dem stehen und noch einmal defen weil sonst wird er mich abstechen gut ähm ja aber du brauchst ja doch kommt mit freien aktionen und und das aufstehen waffe ziehen freie aktion dann soll das so gelungen sein und dann hast du noch eine parade offen okay dann nach mir und dir du hast vorgezogen ist karasug dran die brennen und machen gerade nichts sinnvolles taumeln erstmal zurück aus diesem explosionsradius und springen über die reling sind nicht tot ich muss mal auf die selbstverschungsprobe von den würfeln weil zwei wunden sind hat auch für die viel aber das sieht mit der 11 21 gut aus und dann machen sie genau das springen über die reling und versuchen sich irgendwie zu löschen die drachen gerade versucht weiter vorzurücken auch wenn es hier sehr enges aber sie haben ein befehl bekommen und zwar den von morcas der igne sphäre feuerball brennt weiter ja das ist ein holzschiff das heißt dann werden sie da nicht reintreten und das ist im gang sowieso gerade sehr eng die dukaten gerade hier wird auch wach weil wird auf alle vor dem von dem radius getroffen bekommt dann schmerzen das heißt die kann auch handeln die anderen bleiben durch den silenzium weiter schlafen dann boltax 17 ja ich würde natürlich auch raustreten also ich bin ja klein genug um mich an mir vorbeizudrängen einmal nach rechts gucken einmal nach links gucken und ich weiß nicht kann ich an rafim vorbei in diamantes kajüte sehen oder blockiert er da die sicht würde ich sogar zulassen dass die türen offen ja geht okay dann sehe ich dass der da in aga bedrängnis ist mit einem messer im bauch stecken dann würde ich ihm versuchen zu hilfe zu eilen also dann zieht ich gerne zum morgen ich weiß nicht das braucht wahrscheinlich eine aktion und zu ihr zu kommen das braucht eine aktion dann würde ich in der zweiten aktion versuchen zu stechen ich meine sie hat ja kein messer mehr ich habe ein messer brauchen wir doch mal ob das gelingt das wäre genau gelungen 16 mit dem titanium durch dann mal ein schaden sie wird sich in deine richtung drehen und öffnet ihren mund das sind 11 11 schaden sie würfelt eine weitere selbstbeherrschungsprobe eben bei diamante doppelt 20 du siehst wie sie ihren mund öffnet und sie möchte gar nicht sprechen aber du du kannst sehen wie kotze ihren mundwinkel aufsteigt und bevor sie die ein lalux oder mit ins gesicht speien kann bricht sie du ziehst den titanium durch noch mal ein bisschen nach oben drehst noch mal ein bisschen dass das orange metall leuchtet so ein bisschen bläulich schwarz auf und dann bricht morgen zusammen ich blicke diamantes zu zustand verschiedenes immobil dann das ball tags fertig rafim hat schon gezogen diamantes ich dicke ball tags einmal zu fange mich und fange an meine ballestrine die ich gerade leer geschossen habe voll zu laden ok du lädst deine waffe aber mir 21 ich eine aktie ich wurde meine waffe zu mir selber ziehen und eine aktion freie aktion schritt zu solamin und sie probieren aus der reichweite dieses wahnsinnigen das ist die natur der sie gerade abgestochen hat also ich würde sie einen in den füßen oder am arm zu mir hinschleifen und kabine ja dann kannst du sie ziehen trotz einmal heran und wir haben am besten ziehst du sie nicht in den dämonischen kreis und legst du dann erstmal wo ich nehme die sieben punkte ja aber ich glaube nicht dass das die intention war gut dann aber mir quasi gehandelt mit dem aufgreifen dann sind die anderen dran morcars schattenschlag zieht sein schwarztriefen den anderthalb hände und attackiert behende raffin und er greift auf die 20 an ich mache eine finte 5 sind fünf punkte die deine parade erschwert wird er trifft er trifft für ein w6 plus 6 sind zehn schadens punkte teffer punkte wirklich noch 9 9 sind keine wunderschönig oder grad nicht aber knapp aber du bekommst schaden ja dann siehst auch du wie sein schwarzes schwert weiter trieft und auch dein blut sich schwarz verfärbt das war dann seine erste er wandelt um und greift ein weiteres mal an aber mir ist nicht da dann greift er dich an ja wieder finte 1 gelungen ja ich kann nichts machen ach ja gut dann hätte ich auch keine finte ansagen müssen ein weiteren w6 sind plus 6 sind 11 tp krieg 10 warte mal ich glaube das müsste reichen für die erste wunde ja dann zweimal die drachengarde die auf mira einprügelt und zwar zweimal die verzichten auf ihre parade die haben reißende schwerter auf die 19 ich mache da mal ein wuchtschlag 5 draus und dann treffen die ersten beiden und umgewandelt plus 4 trifft die neuen auch noch die 13 will umgewandelt aber nicht mehr treffen die machen denn ja mach ich wollte gerade überlegen wenn ich kurz die 17 habe und eisen kriegt dann auf 10 schon eine wunde oder nicht kommt die 17 17 halbe sind 8 plus eisern sind 2 macht 10 machten auf der 11 schaden bekommst du dann deine erste wunde okay so und die machen mit ihren schwertern ein w6 plus sieben schaden mit einem wuchtschlag von 4 machen sie ein w6 plus 11 dreimal 11 plus 1 und 12 15 mir stehen auch ohne rüstung das wäre glaube ich auch gerade wenn sie die ganze zeit nicht gekämpft hat dann muss ich hier rechnen warte kein problem alles noch mal von vorne 1 plus 11 4 plus 11 und 2 plus 11 habe ich den reingeschrieben dann ist die drachengarde durch zulamin ist raus und dann geht die nächste kampfhunde los serpentilio hat die situation dann letzte runde einer aktion lang erfasst das war kein orientieren weil das darf ich nicht und entscheidet sich das was auch immer denn vorgeht es nicht hier drin haben möchte und sieht einen zauber aus dem stadt ich würfel das einfach mal und dann sehen wir erst ob ich überhaupt rechnen muss muss ich sie konnte kein problem sein pandemonium das sind die zauber das sind also 1 2 3 plus die 40 nach dem stadt habe sieben das reicht dann ziehe ich den hinaus und zwar werden gesagt ich kann mich jetzt entscheiden welchen formen möchte und zwar beginnend hier also im grunde so ein mädchen hätte daraufhin möchte ich ihn erst mal zum gang heraus der ganz zweieinhalb meter breit und ab hier dann noch sagen wir drei meter lang und dann soll er sich hier vor halt einfach ausbreiten ich weiß nicht ob er nach komm schon hier voraus bei nicht was ich aber darf er noch sich die hier braucht dann ansonsten halt innerhalb meiner sicht was wir kann dem union an dem union 50 rechtschritt so hätte ich nicht sagen müssen er stets den hatte ich vor vormachers kann im stadt getan 15 rechtschritt 50 50 50 wie viel wieviel ist das vom schiff menge ich nehme an der führt das für den größten teil von diesem tag aus also er macht euch immer den gang voll und fließt dann fließt dann hier vorne raus ok das heißt an dem alle die auf dem bütten deck sind ja ich glaube das ist ein bisschen zu viel gewollt weil man so storral 5 x 10 also in diese steck hier füttest du sein erde noch rechtlich also wie gesagt der großteil also toron karl klang von ihr mir damit so wäre aber die kann das ab das haxt und er die kann halt einfach in dem nächsten rum springen und dann ist sie raus aber sonst erfüllt seine blockierende wirkung nicht 100 pro so dann pandemonium sind geister aber aus der hölle die sich manifestieren auf dem oberdeck und mit schatten tentakel jetzt die drachen gerade zerreißen ja als genau wenn du es wissen möchtest es sind 22 krallen hände sowie die hälfte also 11 tentakel die sich hier den tag gewinnen und ein maul pro meter ein maul pro meter 22 hände und 11 tage und ein maul pro meter okay das ist viel das zudem quadratmeter oder mal für eine gute ausführung von einem wir haben eine attacke von sieben bei 22 attacken ist auch egal die machen halt kommt die hände machen kaum schaden aber die tentakel können festhalten und die mäuler hauen dann richtig zu um sie zu betreten ist eine mutprobe erschwert um 22 nötig entsteht jetzt augenblicklich das entsteht augenblicklich denn es kommt aus dem stadt weil die noch zum stadt gestorben ja okay das ist zu betreten dass der mutprobe erschwert um 22 notwendig und man kann sie durchqueren wenn man diesen motor beschafft mit halber gs dann nimmt man natürlich alle passiert auf dem ganzen weg hin man kann die erscheinung ebenso angreifen jeder einzelne hat zehn lebensbruch jeder einzelne der 34 pro meter viel was wie viel wie viele wie wir sechs schaden bekommen jetzt ich verstehe nicht was die für eine inni hat also nehmen wir an das wäre meine inni ja so ich würfel mal prophylaktisch für ein angriff an typen angriff frau ja also 34 56 78 19 f 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hier sind die hände also wieder fehlen noch zwei die treffen auf der 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ich weiß nicht ob das was bringt hier steht nicht dass die nicht oder was recht ist doch dämonen kritten können kritten aber sie patzen nicht ja wir behandeln das jetzt erstmal ganz normal wie die tentakel werden die beinahe 1 nicht festgehalten ja da komme ich gleich zu ich glaube ich den tentakel genau die takken auch festhalten deswegen wollte ich die ersten 1 2 3 4 die machen sogar ein w6 plus 2 pro und dann kommt zuletzt nach das mal das trifft auch und das macht sogar zwei w6 und jede einzelne bei der 1 fällt die hält ihn fest wenn er festgehalten wird kriegt dann wird die attacke der erscheinung leichter auf 9 er kann sich ob wir sie nicht bewegen und seine parade sind zwei erschwerden das passiert im grusel passiert für jeden einzelnen statistisch wirst du halt statistik von großen zahlen nehmen wir einfach diesen wurf für jeden weil ich wollte gerade sagen ich wollte nur ich wollte nur einmal die schubkarre voller w20 aus genau und jetzt kannst du noch deine w6 auspacken hat ja mitgezählt 7 4 und 1 glaube ich das passiert jede kampfrunde also hier steht nicht dass die umwandeln dürfen ich würde ich auch als unreasonable empfinden also ja ja doch eine runde sind die alle zerfetzt pro person wenn sie sich auf näher als ein meter zusammen stapeln aber das ist einen nicht sind ein treffer punkte oder schaden das sind treffer punkte die das errichtung zwei stunden und auf jeder kann sie abbrechen ich habe jetzt aber kontrolle ja das bleibt 22 spielrunden rafim dann sagen wir mal bitte den schaden den mir bisher bekommen hat 27 ok dann bekommt sie jetzt auch noch mal den schaden von den händen und dann kann sie aber rauslaufen warte mal das sind zwei auslaufen warte mal vier 18 22 sind 44 2 plus 9 sind 53 kriegt mir richtig schaden und sie wird es gehalten nein wir kann sich da befreien aber er verliert so was von dottore und er verliert major theomod drei sperger gut dass ich den weggesteigert hat gut dass ich den weggesteigert kapok kann sich nachdem die ersten hände ihn packen und aus seinem schlaf unter dem natürlich auch er leidet kann er sich noch mal zur seite rollen und während die schatten tentakel aus der hölle die drachen katisten binnen sekunden zerreißen und ins deck hinein ziehen sie bleiben nicht mal mehr ihre körper bleiben zurück sie werden einfach in den schatten gezogen könnt ihr noch sehen wie einige karkonia euer deck stürmen und auf kurva und kerasuk einschlagen und ihnen die köpfe spalten ja gerade also eine neutralität so als hatte arach nur doch weiß irgendwie ernst gemeint eiserne neutralität es werden hier keine kämpfe ausgeführt morgas schattenschlag lebt im prinzip noch aber ich glaube wenn aber mit reich mit reingeht ja aber mir ist gar nicht so das problem aber wenn rafim da jetzt reingeht doch wir machen wir machen den kampf noch alles klar ich nehme die drachengadisten nehme ich auf tot dann nehme ich mir jetzt gerade mal die zeit tot dann die oma drei sperger euer langjähriger freund hat gar nicht begriffen was passiert und auch dortore wird in die schatten gezogen was ist hast du da dämonisch drin tagunitod oder der ist dämonisch aber dämonisch uns spezifiziert also sie formt sich immer nach dem was man vor opportun gehalten hat der serpentino vermutlich einfach der tradition wegen der skelett hände gewesen ja skelett hände von tagunitod beziehungsweise schatten tentakel ja nächste kampfrunde serpentino fertig mira befreit sich einfach von den tentakeln karasuk ist demnächst tot boltax 17 dann drehe ich mich um und stehe ich den oder greift zweimal morgas schattenschlag an so was weiß was er zieht einmal vor weil ich kann es ja greift ich mit einer plus fünf an weil du in meiner seite stehst aber 20 ist das dann ernst ja lass mich doch einmal schaden machen du hast doch gerade eben schaden richtig aber doch nie an dir ok und weiß was ich würde gleich den zweiten angriff einmal auf rafim 11 der trifft ich würde gerne versuchen den zu parieren ja gott sei dank 9 gut dann würde ich haben anfangen und anfangen und boltax an genau erster angreif der würde treffen ja ich werde nicht viel damage machen weil deine fitte rüstung an hat aber trotzdem und der zweite ist und wie viel noch mehr schwert ich wandel so sehr viel ok plus vier alles klar oh ja der ist auch getroffen dann würfel ich zweimal 1 und 2 nein 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 nicht plus 7 doch ja einmal 12 und einmal 13 ok dann schneidest du durch seine rüstung hindurch das titanium wie gesagt so ein bisschen orange leuchtend und zerfetzt seine rüstung dann nach boltax 18 rafim auch dein schwert leuchtet orange ja aber er sieht so aus als würde also er kann noch handeln richtig ne ne er hat er hat eine eine attacke nach boltax geschlagen und eine nach dir ja dann versuche ich jetzt auch mal einen wuchtschlag hier um 6 erschwert gucken wir mal ob wir dem mann wehtun können ja dem werden wir jetzt aber richtig auf die fresse und dann gib mir mal den schaden mit deinem titanium pilos das aber mein wuchtschlag wird nicht verdoppelt warte sind 18 36 sind 41 in das bein beschreibt gerne die szene ja während boltax gerade zwei schwere stiche in sein rechtes bein setzt schaut rafim sein blutenden körper ihn ab und reißt mit seinem pilos einfach nur nach rechts um das andere bein sauber abzutrennen und nickt dann mit einem blutverschmierten grinsen richtung boltax ich hatte den schlimmsten altraum den ich je hatte im moment hört auch der silenz um aufzuwirken und man hört rafims worte was war denn was war denn du wirst es nicht glauben es ist es war schrecklich von draußen könnt ihr auch die münder heulen hören die tentakel die peitschen auch wenn sie keine opfer mehr haben aber sie peitschen weiter ich gucke einmal nach draußen dies sollte uns hoffentlich genug zeit erschaffen bis wir hier fertig sind ich einmal in richtung serpentilio ich gucke einmal in richtung abemir und wirke dann eine macht über den regen in dem ich an meinen ring fasse und ja über unserem schiff die komplette luftfeuchtigkeit abregenen lasse um das feuer was durch den ball entstanden ist zu dezimieren das ist tatsächlich eine richtig richtig gute idee durch einer vorlesen was die macht über den regen macht oder brauchen wir das nicht hast du ja gerade gesagt oder ja genau hier aufregnet ab und ist klar dass ich würde mich dabei über zu mir beugen und probieren ihre wunden nur dort verbinden